Moin Leute, ich werde super oft gefragt, wie soll man eigentlich diese riesigen Strommengen, die von Erneuerbaren über eine Saison kommen oder auch schwankend kommen, speichern und das auch noch extrem günstig und auch ressourcenschonend. Das ist eine Mammutaufgabe, keine Frage. Und ich habe jetzt eine wissenschaftliche Veröffentlichung gelesen, die tatsächlich genau das verspricht. Krasse Aussage, finde ich. Veröffentlicht wurde das in dem renommiertesten Wissenschaftsjournal der Welt, und zwar der Nature. Und die Autoren sind vom MIT und das ist sicherlich auch eine der berühmtesten Unis auf der ganzen Welt. Ich zeige euch heute, wie das funktioniert, was dran ist an diesen Aussagen und wie teuer das System im Vergleich zu anderen ist und warum. Und heute zu Gast habe ich zudem auch noch Physikprofessor Hundhausen, der euch auch noch eine Menge darüber erzählen kann, wie realistisch das ist und wie weit wir überhaupt noch kommen können mit diesen Art von Speichern. Die Idee des thermischen Speichers ist überhaupt nicht neu. Ich habe einfach irgendwie überschüssige Energie, meistens in Form von Strom, zum Beispiel durch Photovoltaik oder Windkraft oder Atomenergie, was auch immer es dann sein wird. Diese muss jetzt irgendwie gespeichert werden und zwar viel und auch schnell. Und die Idee ist jetzt, ich erhitze mit dem überschüssigen Strom ein oder mehrere riesige Blöcke aus verschiedensten Materialien. In diesem Fall ist es Graphit und zwar auf 2500 Grad Celsius. Das ist schon verdammt viel. Graphit ist nämlich günstig und hält den hohen Temperaturenstand, um die es hier geht. Ich erkläre euch aber gleich noch mehr dazu. Graphit sublimiert erst ab ca. 3800 Grad Celsius und sublimieren bedeutet, dass es sofort gasförmig wird und nicht noch flüssig dazwischen. Das ist interessant. Zudem ist es ein fast perfekter Wärmestrahler. Okay, ich habe jetzt erstmal die Energie, also den Strom in Wärme gespeichert, in irgendeinen dicken, fetten Klotz. Und jetzt stellt sich die Frage, wie bekomme ich denn im Bedarfsfall meine Wärme wieder in den Strom zurück umgewandelt und das noch möglichst günstig und auch effizient. Und das ist echt nicht so einfach. Bisher würde man einfach eine Dampfturbine nehmen. Also ich nehme dann z.B. diesen riesigen Klotz, leite da irgendwie Wasser durch, bringe das zum Verdampfen, einfach gesprochen. Dann jage ich das durch eine Turbine und habe dann durch einen Generator Strom erzeugt. Das ist an sich auch überhaupt gar kein schlechter Weg und damit haben wir halt jede Menge Erfahrungen. Also mit Dampfturbinen kennen wir uns schon echt verdammt gut aus, weil die Dinger schon sehr lange existieren. Das Problem dabei ist aber, der heiße Dampf, der trifft ja auf diese Turbinenschaufeln und die halten halt einfach nicht unendlich viel Temperatur aus. Moderne Turbinenschaufeln schaffen mit Hochtemperaturlegierung und aktiver Kühlung ca. 1500 Grad Celsius um den Dreh und das war es dann aber auch. Das bedeutet, unser Graphitblock von eben, der müsste eigentlich deutlich kühler sein als 2500 Grad Celsius und das ist echt schade, weil der kann das ja. Und so kann ich einfach viel, viel weniger speichern. Zudem müssen Turbinen natürlich gewartet werden und die verschleißen natürlich auch mit der Zeit. Also das sind schon gewisse Nachteile, die wir da haben. Was kann man also tun? Ja, Solid State thermische Stromspeicher, das ist nämlich die eigentliche spannende Idee. Und zwar nutze ich jetzt Photovoltaik, um aus der Wärmeenergie wieder Strom zu machen. Also quasi statt der Dampfturbine würde ich jetzt hier Photovoltaik nehmen. Jetzt natürlich die Frage, wie geht das? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich entnehme unserem super heißen Graphitblock von eben jetzt wieder Wärme. Also ich transportiere die irgendwie zu einer Wolframfolie oder zu einem Wolframdraht. Oder es muss nicht unbedingt Wolfram sein, aber in dem Fall wurde das genommen. Dann erhitze ich damit diesen Draht oder diese Folie. Der fängt an zu glühen und strahlt dann Infrarotstrahlung aus. Und das kann ich dann wieder auf spezielle Photovoltaik zählen, die genau für diesen Infrarotbereich ausgelegt sind, strahlen und nutzen. Und diese sogenannten Thermophotovoltaik-Zellen bringen mir dann auch wieder meinen Strom. Also genauso wie die PV-Module auf dem Dach, nur halt für den Infrarotbereich. Und hier habt ihr mal ein Bild von diesen kleinen Wunderwerken des MIT. Ich finde, sie sehen auch ziemlich cool aus. Irgendwie ist es super spannend einfach nur. Wir gehen aber gleich noch ein bisschen näher darauf ein. Als erstes nochmal die Frage, wie übertrage ich eigentlich die Wärme von einem 2500 Grad heißen Graphitblock zur Photovoltaik-Zelle? Und das mache ich durch Graphitröhren, wo flüssiger Zinn drin ist. So funktioniert das Ganze. Das ist total verrückt. Das Geile aber dieser ganzen Idee ist eigentlich, dass ich fast keine drehenden oder sich bewegenden Teile habe. Das heißt irgendwie, ich habe auch diese Wartungsprobleme nicht so stark. Das ist eigentlich schon ein ziemlich geniales System. Tatsächlich ist aber auch diese TPV eigentlich gar keine neue Technik. Man forscht das schon sehr lange dran. Jetzt ist natürlich die Riesenfrage, was war denn jetzt dieser gigantische Durchbruch des MIT? Denn es gab schon einen. Ich glaube, da kann man wirklich von Durchbruch auch sprechen. Das größte Problem an der ganzen Geschichte war tatsächlich eigentlich der Wirkungsgrad bisher dieser TPV-Zelle. Also wie viel von der gespeicherten Wärmestrahlung bekomme ich dann wieder in meinen Strom umgewandelt? Zudem muss natürlich so eine Zelle auch noch den enormen Temperaturen standhalten. Also auch das ist natürlich irgendwie nicht gerade einfach. Also das ist eine enorme ingenieursmäßige Herausforderung. Ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein und hier könnt ihr sehen, wie bisher die erreichten Wirkungsgrade waren. Die Referenz ist dann die schwarze Linie, die ihr seht. Und die schwarze Linie entspricht dann dem Wirkungsgrad von so heutigen Dampfturbinen. Also da sind wir so bei 30 bis 35 Prozent. Die ganzen Symbole, die ihr da seht, das sind alles unterschiedliche TPV-Zellen. Also so bisher, was man da so bisher erreicht hat. Und dieser krasse rote Stern da oben, also der ja wirklich eine ganze Ecke von dem ganzen Zeug entfernt ist, das ist diese neue TPV-Zelle vom MIT. Und ihr seht, das ist ein Riesensprung. Und zwar ein so großer, dass man zum allerersten Mal besser ist als konventionelle Dampfturbinen. Und das ist tatsächlich eine kleine Sensation. Hier könnt ihr mal den groben Aufbau dieser Zelle sehen, wie die aussieht. Im Blau dargestellt sind quasi die aktiven Materialien der TPV, also der Teil, der aus dem Infrarotlicht den Strom erzeugt, einfach gesprochen. Die darunter liegende gelbe Schicht ist hochreflektierendes Gold. Das reflektiert dann das nicht absorbierte Licht zurück in den Wärmespeicher. Und so geht es praktisch nicht verloren oder zumindest nicht alles. So kann ich die Verluste reduzieren. Der andere große Trick ist, dass die TPV-Zelle aus ganz vielen Schichten besteht und diese so ausgelegt sind, dass sie sehr, sehr gut zu dieser emittierten Wärmestrahlung passen. Das ist halt total wichtig. Und dadurch sind diese hohen Wirkungsgrade eigentlich erst möglich. Die Forscher glauben tatsächlich auch, dass bis zu 50% Wirkungsgrad realistisch sind. Ganz unten seht ihr noch die aktive Wasserkühlung. Das ist die letzte Schicht, die dort eingezeichnet ist. Und die hält die Zelle dann auf niedrigen Temperaturen, was natürlich für die Lebensdauer ganz enorm wichtig ist. Ja, wie teuer ist der ganze Kram denn jetzt im Vergleich zu so konventionellen Speichern? Also wie zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien, Pumpspeicherkraftwerke, Schwungradspeicher und auch Druckluftspeicher. Und die Jungs und Mädels vom MIT haben das in dieser Studie hier unten untersucht. Und das sind die Ergebnisse, die zeige ich euch jetzt. Schauen wir uns zuerst mal die Kosten pro Speichervermögen an. Also wie viel Dollar kostet so eine Kilowattstunde an Speicher praktisch? Das sagt es aus. Hier hat das Thermophotovoltaik-System namens TEX absolut die Nase vorn. Und zwar ist es um den Faktor 8 billiger als vergleichbare Lithium-Ionen-Systeme. Das ist schon eine Hausnummer. Danach kommen dann tatsächlich die Druckluft- und auch Pumpspeicherkraftwerke. Und die teuersten, was das angeht, also was die Speicherkapazität angeht, sind Schwungradspeicher. Die sind halt extrem teuer im Vergleich. Der Balken, den ihr hier seht, der würde noch wesentlich weiter nach oben gehen. Aber ich wollte mich dann eher auf die anderen Sachen konzentrieren, sonst hätte man davon nichts mehr gesehen. Okay, ist mega interessant, aber was ist eigentlich mit der Leistung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal kurzfristig so richtig Power brauche, also wirklich schnell Leistung bringen muss. Also für starke Schwankungen beispielsweise. Wie skaliert das hier? Und hier ist es interessant, weil in diesem Fall haben dann zum Beispiel die Lithium-Ionen-Batterien wieder die Nase vorn. Und zwar mit Abstand auch. Danach kommen dann die Schwungradspeicher und Luftdruck plus Pumpspeicher sind dann die letzten Plätze. Also ihr seht also, dass jeder dieser Speicher hat irgendwie seine Berechtigung. So eine Mischung aus Pump, Luftdruck, TEX und den Batterien könnte also eine echte Option sein für die Zukunft. Inwiefern jetzt diese Werte natürlich 100% allgemeingültig sind, welche Randbedingungen dort unterliegen, kann ich euch jetzt nicht so schnell erklären. Zudem sind diese Werte natürlich eher auf die USA bezogen. Auch das könnte zu Diskrepanzen führen, das muss man ehrlich sagen. Ich denke aber, dass die Tendenz durchaus realistisch ist und dass man daraus schon so ein bisschen was sehen kann. Das ist schon sehr interessant, finde ich. Und wenn es euch interessiert, dann schaut in das Paper rein. Es ist öffentlich zugänglich und da steht eigentlich alles drin, was irgendwie wichtig wäre dafür. Was mir persönlich aber noch gefehlt hat in dieser wirtschaftlichen Betrachtung, das sind tatsächlich Second-Life-Speicher. Also das Wiederverwenden von alten E-Auto-Akkus als stationäre Stromspeicher. Denn das dürfte ressourcenmäßig und auch kostentechnisch eigentlich ziemlich gut sein. Das hätte mich noch sehr interessiert. Möglicherweise existieren dafür aber noch keine guten Werte, weil dieses ganze System noch recht neu ist. Ja, ich kenne euch und ich weiß, die Frage wird kommen. Also jetzt machen wir es direkt. Geht dieses Text nur in groß oder könnte man das auch für ein Haus nehmen? Also für eine Wohnung, für ein Haus, also einfach für so einen lokalen Stromspeicher, wie ich den hier zum Beispiel auch brauchen könnte? Leider nein. Erstens explodieren die Kosten, wenn das System klein wird. Aber es gibt auch technische Gründe. Und zwar ist bei thermischen Speichern die Größe absolut ausschlaggebend, was die Verluste angeht. Wenn man die Dämmung jetzt einfach mal außen vor lässt. Es ist nämlich so, dass das Speichervermögen vom Volumen abhängt. Und die abgestrahlte Energie, also die Verlustenergie zum Beispiel, die hängt von der Oberfläche des Speichers ab. Wenn ich jetzt also so einen Speicher größer mache, dann wächst das Volumen halt viel stärker als die Oberfläche. Und das ist super, weil die Speicherfähigkeit steigt damit stärker als die Abstrahlungsverluste bei steigender Größe. Wie gesagt, wenn ich die Dämmung jetzt mal außen vor lasse. Zudem ist es so, dass im Grafit oder grundsätzlich jedes Material natürlich selbst eine Art von innerer Dämmung besitzt. Also das Material leitet ja die Wärme nicht perfekt von innen nach außen. Also wenn ihr euch zum Beispiel jetzt vorstellt, ihr habt irgendwie eine Kugel aus Grafit und im Inneren, wirklich in der Mitte, da erwärmt ihr das jetzt total stark. Und die Temperatur, die da nach außen dringt wirklich, durch die geringere Wärmeleitfähigkeit, ist halt viel, viel geringer als die innere Temperatur. Weil die Wärme natürlich nicht ungehindert nach außen dringen kann. Die Kugel dämmt sich also praktisch irgendwie selbst. Genauso ist es bei der Erde. Denn der Erdkern ist ja auch irgendwie 6.000 bis 7.000 Grad heiß. Unsere Erdoberfläche ja aber Gott sei Dank nicht, sonst hätten wir ziemlich heiße Füße. Und hier ist es tatsächlich auch so, je größer dieser Speicher also ist, desto größer auch der, ich sag mal, Eigendämmungseffekt. Ich meine, wenn man das jetzt alles mal so hört, ja, also da frage ich mich selbst auch schon, wie realistisch ist das? Also so flüssiger Zinn und 2.500 Grad Celsius und das alles riesengroß. Und weiß ich nicht, wie hoch kann man denn im Wirkungsgrad überhaupt noch kommen bei sowas? Und da habe ich jetzt mal Physikprofessor Hundhausen gefragt. Also erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Was weißt du? Ja, also dieser Wirkungsgrad kann durchaus relativ hoch sein. 40 Prozent ist durchaus realistisch, denke ich. Aber dazu muss man natürlich viele Tricks verwenden. Erstens, die Verluste von dem Speicher, die müssen reduziert werden. Das macht man durch Wärmedämmung und vor allem durch das große AV-Verhältnis. Das heißt, es muss ein sehr großdimensionierter Speicher sein, der relativ zu seinem Volumen eine relativ kleine Oberfläche hat. Das ist das eine. Und dann geht es natürlich auch um die Konversion von der Wärme zu Strom wieder. Und da gibt es auch Tricks, dass man die Verluste, die dort ja eine Rolle spielen bei der Konversion mit Photovoltaik, dass man die auch reduziert. Und wenn man das beides beachtet, dann halte ich durchaus hohe Wirkungsgrade von 40 bis 50 Prozent für realistisch. Ja, danke. Das klingt erstmal, finde ich, ganz gut. Professor Hundhausen hat auf seinem YouTube-Kanal noch ein paar mehr Details und Erklärungen, was die TPV-Zelle selbst angeht. Er ist ja Physikprofessor und kann das natürlich nochmal deutlich besser erklären als ich, insbesondere die Details zu der TPV-Zelle. Also schaut bei ihm vorbei. Es lohnt sich. Ob, wann und wie diese Technik sich aber durchsetzt, das können wir euch natürlich auch nicht sagen. Uns erscheint es aber durchaus realistisch, dass man davon noch einiges hören wird. Das war's soweit von mir. Vielen Dank, Martin, für die guten Erklärungen. Also ich habe auch sehr viel gelernt dabei wieder. Und auch danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich freue mich immer sehr über sowas. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.